Ich verstehe die Frage nicht. Alter, ich habe die Frage nicht verstanden. Ich schlafe gleich eine Frau! Hallo, es ist 9.50 Uhr am Abend, an dem Vorabend, wo das Video rauskommt. Ihr seid die einzigen beiden, die Zeit haben. Wir nichts zu tun haben, es ist Sonntag, Jana, aber du hast ja immer Wochenende. Wir spielen heute das beliebte Spiel Schätzfragen oder Schott. Ich habe das ja letzte Mal mit Rezo und Tattel gespielt, das war extrem gut. Wir haben uns allerdings tatsächlich verschiedenste Drogen intoxiniert und die beiden liegen noch im Krankenhaus. Dementsprechend spielen wir das heute mit fast legalen Mitteln. Wir haben hier vorne einen Wein, der abgelaufen ist, glaube ich. Wir spielen jetzt wieder folgenderweise, wir haben 10 bis 12 Fragen, glaube ich. 10 bis 12 ist genau richtig dann an der Stelle, Tobi. Tobi ist wieder hinter der Kamera. Mann, ja, alles. Wir schreiben unsere Antwort wieder aufs Handy, die Person, die am weitesten entfernt ist, wirkert einmal. Wir haben hier 6 Shots und wenn es hier die 3 drin ist, müsstest du, weil du würdest wahrscheinlich verlieren dann, den dritten Shot trinken müssen, Jana. Okay. Verstehe ich nicht, wo. Und so funktioniert es. Musst du heute Abend nach Auto fahren? Perfekt. Ich sehe dich nicht daran. Ich habe es verstanden. Wir haben hier einmal Amaretto. Ekelhaft. Willst du einen Shot von Tabasco machen? Ich mache das nicht. Ich kotze das. Ich kann das nicht. Ich kotze das. Ich kann das nicht. Okay, also wenn du Tabasco kotzt. Auch wenn du keinen gegessen hast. Wenn du reinkommst, geht es mal wieder raus, irgendwie. Zitronensaft. Ich frage mich, was für Saft. Einfach Orangensaft. Turn up. Liebst du den Saft von frischen Gurken? Auf jeden Fall. Würdest du gerne jeden Morgen den Gurkensaft in deinen Mund bekommen? Grenzwertig, Seiche. Und tatsächlich handelsübliches Wasser. Das ist kein Wasser, das ist Pisse von Arcani. Wie alt ist dieser Weißwein und seit wann ist er abgelaufen? Perfekt, nehmen wir. Ich würde sagen, wir spielen die erste Runde von... Ich verstehe die Frage nicht. Jana, hast du denn Interesse und Lust? Worauf? Auf mich und diesen wunderbaren Abend hier? Auf jeden Fall nicht. Tobi, die erste Frage lautet... Die erste Frage, in welchem Jahr gab es den ersten selbst gebastelten Adventskalender? Das ist verarschend. Oh mein Gott. Sag mal, das ist ein Mist. Hey, Weißmann. Ich weiß, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Zehn. Nein, stopp, stopp. Nein, nein. Ich weiß es nicht. Zehn. Neun. Fangen die jetzt. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, zoll. Hast du keine Ahnung. Okay. 1812. 1885. Pfff, also du bist schon weg. Er wurde 1851. What? Guck mal, ich will ja gar nicht fach. Bro, warte mal. Moment, ich sehe aber, dass das vorher 1900 war. Nein, nein. Das war vorher so. Aber ich habe es ja vorher. Ich habe es ja, bevor ich es umgedreht habe. Okay. Coca-Cola Weihnachts-Story als das. Ohne zwei. Ja, Tabasco. Bevor Coca-Cola das Weihnachtsfest so kommerzialisiert hat, worauf hat man sich dann gefreut? Dass der Vater an diesem einen Abend richtig besoffen ist. Tabasco-Shot. Ja. Wenn du. Ich glaube tatsächlich, das ist das Schlimmste schon. Ich glaube, das Schlimmste ist der abgelaufene Weißwein. Boah. Da schütten wir wieder nach. Ah, nee, das war auch ein bisschen. Welches Format am Abend. Ihr fahrt aus dem Bauchschmerz nach Hause und ich wohne hier. Das schmeckt ehrlich wie so eine Feuergurke. Feuer. No cap. Gut, die nächste Frage ist, wie oft schaut ein Mensch pro Tag durchschnittlich auf das Handy? Das ist zu viel. Komm, da muss ich nochmal korrigieren. Warte, warte, ich muss noch hinschreiben. Warte, mein Stift funktioniert nicht. Ja, dein Stift ist leer auf dem iPhone. Du musst dazu sagen, bevor ich es jetzt zeige. Ja, wie der Schule. Beim Durchschnitt. Wie oft? Drei, zwei, eins. Dann ist viel zu viel, was ich habe. 137. 295, bin wieder in der Mitte. Mann, ich bin voll auf, oder? Die richtige Antwort ist 88. Hohoho. Lass uns mal ganz kurz nachschauen, wie oft wir gucken. Allein deine Tinder-Benachtigung. Holy shit. Ich bin nicht auf Tinder. Ja, du bist auf 100. Eine Einstellung und dann Bildschirmzeit. 105 Tage Durchschnitt. Oh mein Gott. 278. Wo habe ich das? Das war nicht Tinder. 123 habe ich. Hier hatte ich 92. Aber das war heute. Was hast du für eine Bildschirmzeit? Bestimmt wenig. 11 Stunden? Bist du behindert, Amina? Was machst du den ganzen Tag am Handy? 9 Stunden hängt ihr am Handy. Jana, tu es weg. Das ist Gift für dich. Okay, ja, ich muss schon wieder trinken. Was bin ich für ein Idiot? Nein, eigentlich bin ich gar nicht am Handy. Oh, drei. Zitronensaft. Dann habe ich die schlimmste Sachen schon hinter mir. Nein. Ja, aber die kommen ja immer wieder. Das ist meine Pisse. Und du weißt nicht, was. Die nächste Frage. Bei welchem Wert liegt der Weltrekord im Dauerjodeln? Am Stück. Darf den Rückfragen zugelassen? Darf man atmen? Ohne Atmen? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Ja, man. Du darfst ja atmen. Viele wissen ja gar nicht, dass beim Jodeln generell nicht geatmet wird. Stimmt nicht. Ein Langstoß oder halt drei Stunden. Auf der reingeatmet. Also quasi unter. Es ist ja falsch, oder? Es ist im Schnurmbereich. Was? Was? Wie lange würde ich hier gehen? Okay. Na, warte doch mal. 10, 9, 8. Wieso zähl ich hier mal runter? Ja, warum bist du das? Du machst einen voll nervös. Okay, 3, 2, 1, 8 Stunden und eine 50. 5,5 Stunden. Ich bin wieder in der Mitte. Die richtige Antwort ist 15 Stunden und 11 Sekunden. What the fuck? Ich glaube, du bist Jury dabei. Alter, wie viele? Ja, wechseln die sich nicht ab, oder was? Stell dir mal vor, was der Mann für einen Shisha-Kopf böfen kann. Wie lange? Der raucht eine Shisha in der Sekunde. Das ist wirklich krank. Du musst es würfeln. Na, 1. Amaretto. Nein, in den Kopf. Wir sagen, dass ich nicht verlieren darf in dieser Runde. Nein. Wie viel Geld warfen Wohnbesucher im Jahr 2016 in den berühmten Trevi-Brunnen? Den kennt man doch. Warte f***. Von Tana di Trevi. In den Revi-Brunnen. Ja, ich hab auch. Kennst du den Trevi-Brunnen? Revi-Brunnen, ja. Wenn ich jetzt ganz kurz eine minimale Frage stellen dürfte, angenommen, jetzt wirft da jemand, mh, teilerische Bart in den Brunnen. Wird dann der Tageswechselkurs genommen und notiert? Ja, wir nehmen Euro. Nee, nee, nee. Es ist ja die Frage, zu welchem Wechselkursdatum dann notiert worden. Halt dein Maul. Ja, da verstehst du, was ich meine oder was? Hast du Ahnung von Wirtschaft? Nein, hast du nicht. Du hängst 10 Stunden am Tag am Handy ab. Drei. Warte. Warte. Ich bin eigentlich nicht dumm, Leute. Ich schwör's, es funktioniert nicht. Mein Kopf, der brodelt. Drei. Drei, zwei, eins. Zeig. Eine Million, 224.400 Euro. Wow. 175, ich hab 150, bitte schon wieder einen Extrempunkt. Bitte nicht. Du magst grad trinken, aber richtig war 1,4 Millionen. Was? Und wisst ihr warum? Weil mein Vater gehört der Brunnen und der tut uns Geld am Ende des Jahres einzammeln. Was hast du? 250.000. Max, und damit hast du den Würfel des Tages gewonnen. Er braucht eine Situation. Eine 4. Mach was Neues. Das ist Kurvenwasser. Max. Echt? Nein, das ist das Wasser. Nee, das ist Kurvenwasser. Und ich war immer eventuell. Knackig und würzig. Schmeckt das Wasser auch knackig und würzig oder nur würzig? Sehr lecker. Hobi, bitte, die nächste Frage. Wie viele blutsaugende Stechmücken wären nötig, um einen Menschen auf einen Schlag leer zu trinken? Das kann ich dir beantworten, weil ich das schon mal versucht habe. Nein, nochmal, nochmal. Wie viele blutsaugende Stechmücken wären nötig, um einen Menschen auf einen Schlag leer zu trinken? Ich hab kein Wort verstanden. Wie viele blutsaugende Stechmücken wären nötig, um einen Menschen... Kurz kurz reden wir da von der Gemein-Mücke von der Zetzefliege... Ja, von dieser kleinen Kacke da, die in den Ohren fliegt. Die allgemein-deutsche Haushaltsmücke. Stechmücke heißt das. Wer trinkt denn eine Mücke? Ich weiß, wie viele Mücke sind. Eintroffen. Und wie viele Liter habe ich im Körper? Wie viele Liter Blut hast du? Das kann ich dir... Ich glaube, das sind 6 Liter, ne? 6 Liter Blut hat ein Mensch. Mir ist jetzt schon irgendwie schlecht, aber ich denke, ich muss trinken. Wie viele... Wie viele Mücken? Wie viele Mücken? Das sind ganz schnell viele, oder? Hm. Nein. Nein? Tobi, kannst du mir... Nein, kannst du... Nein, stopp, stopp, stopp. Drei? Nein, stopp, stopp, stopp. Drei? Nein! Nein, ich hab noch gar nichts. Jana, bitte. Das schreibt schon wieder nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht wahr. Also ich... Eine Million, 20.000. Was? 5.000? Oh mein Gott, danke. Nein, also mal ganz kurz. Wie viele Liter Blut hat ein Mensch? Sechs Liter. Sechs Liter. Eine Mücke nimmt vielleicht 5 Milliliter, habe ich mal geschätzt auf. Vielleicht. Maximal. Ja. Was sagst du denn? Das ist egal. Ja, ebenso. 13.568. Mach ich auch falsch. Ich wollte aber noch eine Zahl dran schreiben und dann hast du mich gestoppt. Aber warte mal ganz kurz, wenn eine Mücke 1 Milliliter aufnimmt, dann braucht man 6.000 Mücken um 6 Liter aufnimmt. Ich hab 5 Milliliter gesagt. Pro Mücke. Ja, dann brauchst du noch viel weniger, weil so habe ich auch überlegt. Und man hat... 1 Milliliter ist schon viel. Mann, Alter, ich hasste... Ist egal. Jedenfalls ist die Lösung 1,2 Millionen. Hä? Ich bin so krass. Ich bin so krass. Ich habe so viele Mückenstiche an meinem ganzen Körper gehabt. So, warte ich ganz kurz. Ich fact checke das jetzt. Eine Mücke kann nur bis zu 3 Mikro Liter Blut saugen. Ja, Mikro Liter meinte ich, nicht Milliliter. Ah, ja. Für 2 Tabasco. Wuhu. Das ist das geilste Video ever. Wenn ich meine letzte Runde auch für dich schütten wir alles zusammen. Und dann trinkst du. Boah, das ist keine gute Idee. Doch. Ist er das schon gesagt. Boah. Ich hab einfach verdient, deshalb macht es Spaß zu trinken. Ja. Tabasco ist das Schlimmste. Wie viel Liter Farbe braucht man? Alter. Dafür sind etwa 60 Tonnen Lack erforderlich. Oh mein Gott. Wie viele Tonnen davon werden bis zum nächsten Anstrich durch Rost abgetragen? Alter. Ich hab die Frage nicht verstanden. Etwa alle sieben Jahre wird der Eiffelturm frisch gestrichen. Wie viel Liter Farbe braucht man? Alter. Warte, ich verstehe die Frage nicht. Alle sieben Jahre. Ich schlafe gleich eine Frau. Alle Nachbarn so. 9-1-1. What's your emergency? 3-2-1. 17 Tonnen. 47? Hä? Okay, die richtige Antwort ist 45 Tonnen. What the... Guck mal. Alter. Guck mal. Hast du das gesehen? What the... Ich schwöre. Ich hab den Dreissatz angewendet. Das ist doch... Das macht gar keinen Sinn. Natürlich macht das Sinn. Weil das ist doch so eine Frage, wie lange dauert der 30-jährige Krieg? Als ob der dann komplett nackt ist, der Eiffelturm. Aber er wird doch alle sieben Jahre neu gestrichen. Ja, aber der ist noch ein Jahr, aber das bleibt doch eine Farbe drauf. Ja, aber der ist ja nicht komplett weg. Ich dachte, das ist schon ein Erneuerungszyklus mit 60 Tonnen. Weil dann wär's ja so komplett dumm. Ja. Aber gut, jetzt hast du verkackt. Die sechs. Der weiß rein. Der Nino. Kannst du nicht... Ja komm, jetzt stell dich nicht ab. Oh, der ist ab. Ah! Trink mal die zwei, die kann ich dir empfehlen. Ich trinke hier gar nichts. Wir haben Corona-konform auch hier gespielt. Max. Okay, Jana. Den hier, komm. Das Wasser? Das Wasser. Wodka, Wodka. Das ist Wodka. Das war's von diesem wunderschönen Video. Jana trinkt jetzt hier noch den letzten Shot. Es war Pisse. Leute, das war's von diesem letzten Shot an der Stelle von Jana. Wie war dein erstes Erlebnis in Pisse? Perfekt. Ich bin an der Stelle raus. Schau auf jeden Fall gerne bei Max vorbei, der hier grandios performt hat. Ich bin sehr schlau. Hast du gut gemacht. Schau auf jeden Fall bei Jana vorbei, die absolut nicht verstanden hat, was wir hier gespielt haben. Ich bin an der Stelle raus. Ich hab doch. Auf Wiedersehen und tschüss. Funktioniert habe ich mit Berlin gesehen. Gelegen, Kürtchen 08